Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er hat mir den größten Schatz auf der ganzen Welt und wurde dann betrogen. Viele haben nach ihm gesucht, doch vergeblich. Ihr müsst die Schlüssel gleichzeitig im Uhrzeigersinn drehen. Vielen Dank, ihr hättet mich fast umgebracht. Im Uhrzeigersinn, Sully? Es war eine Fifty-Fifty-Chance, da habe ich geraten. Offensichtlich. Doch bei der Reise ging es nicht allein um Guld. Es ging um etwas viel Wertvolleres. Dieses Kreuz hat eine wirklich tragische Geschichte. Zu viel Blut. Ich bin nicht sicher, dass er mir gerade gedroht hat, mich zu töten. Das wird sowas von kein Spaß! Lass dich nicht erwischen. Du wolltest mich da einfach zurücklassen. Jemand musste ja das Kreuz holen. Hey, verdammt! Dein Bruder glaubte, es gibt dein letztes Puzzlestück. Wie, du kennst meinen Bruder Sam? Du hast keine Ahnung, wer dein Partner ist. Was verschweigst du mir sonst noch? Dem Siegreichen gehört die Beute. Wie wollen Sie die bitte hier rauskriegen? Hey, runter damit, Jungs. Was ist denn das Ding da in deinem Gesicht? Die Pubertät steht vor der Tür, Kleiner. Lass dir selbst anwachsen.